Mietzens Mutter hat was gegen Mietzens Freund, die mir erscheint. Alles, was die beiden wollen, sie nicht sollen, wie in der Ollen. Na, das ist doch unerhört, weil die Tochter Freundschaft stört. Dabei wollen sie, ach, Herr Jesus, Jan Speses. Was die anderen alle können, das will die Olle ihnen nicht jönnen. Das ist doch fürchterlich, oder? Oder nicht? Warum soll er nicht mit ihr vor der Türe stehen? Warum soll er nicht mit ihr mal Konditoren jehen? Warum soll er nicht mit ihr wehen, die Frühlingslüfte zart? Mach einmal auf der Spree eine Mondscheinfahrt. Warum soll er nicht mit ihr mal'n Witz riskieren? Warum soll er nicht mit ihr mal die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit ihr, warum soll er nicht mit ihr? Ich weiß es nicht, die Mutter, die ist da nicht für. Neulich abends wurde die Miezen doch zu doll, siehste wohl. Ufte Socken sessig, machte still und sachte, es unterdachte. Und zerpfiff vor Orjes Tür, wie der Blitz war er bei ihr. Und der Mondschein schlitt so blanke, nein, danke. Der Orje ist ein ganzer Kessel und der Mieze nicht viele besser. Doch passiert ist nischt und so, achi wo. Warum soll er nicht mit ihr vor der Türe stehn? Warum soll er nicht mit ihr mal Konditoren jehen? Warum soll er nicht mit ihr wehen, die Frühlingslüfte zart? Mach einmal auf der Spree ne Mondscheinfahrt. Warum soll er nicht mit ihr mal'n Witz riskieren? Warum soll er nicht mit ihr mal die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit ihr, warum soll er nicht mit ihr? Ich weiß es nicht, die Mutter, die ist da nicht für. Jedes Mädel braucht doch schließlich was fürs Herz, ohne Scherz. Und die Mütter, die denken immer, viele Schimmer haben kein Schimmer. Wie sie selber früher waren, das werden wir ja nie erfahren. Also Nonnen, oh nie, ihr wisst nicht, nee, das ist nicht. Hätten die kein Mann hier funden, wäre der Welt schon längst verschwunden. Und die Liebe, ach herrje, wäre passé. Warum soll er nicht mit ihr vor der Türe stehn? Warum soll er nicht mit ihr mal Konditoren jehen? Warum soll er nicht mit ihr, wen die Frühlingslüfte zart? Mach einmal auf der Spree eine Mondscheinfahrt. Warum soll er nicht mit ihr mal'n Witz riskieren? Warum soll er nicht mit ihr mal die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit ihr, warum soll er nicht mit ihr? Ich weiß es nicht, aber die Mutter, die war früher auch mal sehr dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.